Hallo und schön, dass du da bist. Wie ihr wisst, steht bei meinem Mustang der Bremsenwechsel vor der Tür. In dem Kontext möchte ich euch einen Überblick geben, worauf ihr achten müsst bei der Ersatzteilsuche und wenn ihr Bremsen für euren Mustang sucht. Wollt ihr Originalersatzteile, möchtet ihr gleichwertige vom Aftermarket oder möchtet eine komplett andere Bremsanlage? Es gibt mehrere Optionen. Und was ist eigentlich die ECE R90? Und warum bekommt man im Moment keinerlei Bremsscheiben auf dem Markt, gefühlt? Das alles seht ihr jetzt im Video. Viel Spaß! In einem anderen Video habe ich euch bereits gezeigt, wie ihr manuell den Zustand der Bremsen nachmessen könnt. Daneben gibt es je nach Bremsenhersteller und Fahrzeughersteller auch elektronische Verschleißanzeiger, wo ihr dann wirklich einen Bordcomputer angezeigt bekommt, wenn die Bremsen gewechselt werden müssen oder aber auch sogenannte akustische Verschleißwarner. Da ist eine kleine Metallklammer am Bremsbelag und wenn die auf die Bremsscheibe trifft, dann quietscht es ganz laut und durch das Quietschen wisst ihr, jetzt steht ein Wechsel der Belege an. Am besten grundsätzlich schaut ihr mal in eurem Handbuch nach, was bei eurem Fahrzeug gilt, woran ihr festmachen könnt, dass die Bremsen gewechselt werden müssen. Ansonsten, wenn ihr zum Händler geht und dort einen Service machen lässt, spätestens da wird auch drauf geguckt, wie der Zustand so ist. Wenn ihr nun festgestellt habt, dass der Bremsenwechsel ansteht, dann gibt es grundsätzlich drei Möglichkeiten. Wichtig dabei, bitte Bremsen immer nur achsenweise tauschen. Also nur Vorderachse oder nur Hinterachse ist okay, aber nur Rad hinten links oder vorne rechts oder sowas ist nicht okay. Immer nur achsenweise. Eure erste Option ist, ihr holt die Originalersatzteile des Herstellers. Über die Originalersatzteilnummern kommt ihr über den Hersteller an diese Teile und verbaut sie an eurem Fahrzeug. Option zwei ist, ihr holt andere Bremsscheiben und Belege, die aber für das Fahrzeug zugelassen sind und eine sogenannte ECE R90 haben und damit mindestens gleichwertig sind zu den originalen Teilen des Herstellers. Option drei ist, in den meisten Fällen, wenn es um ein Upgrade geht, ihr holt euch andere Scheiben und Belege, die allerdings ein Gutachten haben und lasst es dann ganz klassisch eintragen beim TÜV für euer Fahrzeug. Im ersten und zweiten Fall müsst ihr nichts weiter tun, außer die Teile zu tauschen. Im dritten Fall wird es ein ganz klein wenig komplizierter. Aber zuerst möchte ich ein wenig auf das Thema ECE R90 eingehen und euch ein bisschen erklären, inwieweit das relevant ist für euer Fahrzeug. Erstmal eine wichtige Info an alle, deren Fahrzeug eine Erstzulassung von vor dem 1. November 2016 hat. In dem Fall seid ihr nicht gezwungen, Bremsscheiben zu verwenden, die eine ECE R90 haben. Bei den Bremsbelägen ist es anders, da gilt das schon seit 1999. Solltet ihr ein altes Fahrzeug haben, dann könnt ihr jetzt entweder abschalten oder aber ihr bleibt dran, weil die ECE R90 durchaus für euch auch relevant ist. Die ECE R90 definiert Mindeststandards für die Bremsen, insbesondere in Bezug auf die Reibwerte, also die Bremsleistung und die Kompressibilität und die Abscherfestigkeit, also die physikalische Haltbarkeit. Ich kann euch ein bisschen schildern, wie so ein Rahmen im Rahmen der ECE R90 eigentlich abläuft. Bei einer der wichtigsten Überprüfungen wird in einem Prüfstand simuliert, dass 70 Bremsvorgänge hintereinander stattfinden. Bei dem Test müssen die Fahrzeuge bei diesen 70 Bremsvorgängen mit einem simulierten, voll beladeten Fahrzeug das Fahrzeug von 80 auf 10 kmh abbremsen. Dabei dürfen dann hinterher an den Bremskompetenten keine Schäden entstehen, es dürfen keine Risse sein, es darf nichts passieren, was das Bauteil letztlich unbrauchbar macht. Außerdem darf auch die Bremswirkung nicht so weit, also am Ende dieser 70 Bremsvorgänge, so weit nachgelassen haben, dass es zu einem Sicherheitsrisiko für die Insassen wird. Es geht bei der ECE R90 also wirklich um eure Sicherheit, um die Sicherheit der Insassen. Es geht tatsächlich darum zu verhindern, dass irgendein x-beliebiger Hersteller aus dem Ausland einfach so eine Bremsscheibe bauen kann und sagen kann, hier für dein Fahrzeug verbau sie jetzt und wenn ihr dann wirklich in der Situation seid, dass ihr mal eine Notbremsung machen müsst, dann fliegt euch die ganze Bremsanlage um die Ohren. Genau das soll verhindert werden und genau dafür ist die ECE R90 gedacht. Sie definiert also Mindeststandards, die gewährleistet sein müssen, damit eine solche Bremse ihre Wirkung erzielen kann und gerade in einem Land wie unserem Deutschland, in dem wir leben, wo man auf der Autobahn auch mal richtig Gas geben kann, unterschätzt nicht die Belastung für so eine Bremse, wenn ihr mal von 200 kmh runter bremst. Da ist das schon wichtig, diese Sicherheit zu haben, dass die Bremsen das wirklich aushalten. Ihr kennt das vielleicht, ihr guckt ja bestimmt auch viele YouTube-Videos von amerikanischen Kanälen, wo sie irgendwelche Felgen verbauen, die immer super günstig sind. Bei uns sind die Felgen sehr teuer im Vergleich. Ehemals, weil Tests dahinter stehen, aber da gibt es dann billige Felgen, die werden dann verbaut und beim ersten Bordsteinkontakt zerfallen sie in ihre Einzelteile und genau so etwas sollte hier ehemals im Straßenverkehr nicht passieren. Entsprechend sollte diese ECE R90 kein Hindernis auf der Suche nach Ersatzteilen sein, sondern eigentlich euch die Gewissheit geben, dass das, was ihr gekauft habt, auch wirklich, wirklich, wirklich einem gewissen Mindestanspruch gerecht wird. Die so zertifizierten Produkte dürft ihr an eurem Fahrzeug dann auch wirklich einfach verbauen. Ihr müsst keine Dokumente mit euch führen oder sonst irgendwas abklären. Einfach gucken, dass die Nummer vergeben ist, dass es eine ECE R90 Nummer gibt und ihr könnt verbauen und losfahren. Vielleicht damit ihr grundsätzlich ein Gefühl dafür bekommt, ob es denn schwierig ist, Bremsen mit dieser Zertifizierung zu bekommen. Brembo. Kennen wir alle. Klasse Hersteller, Bremsscheiben, Bremsbeläge. Brembo hat 2200 Produkte im Portfolio und alle Produkte sind so zertifiziert. Ihr bekommt von Brembo nichts, was nicht zertifiziert ist. Und das sagt schon was. Dass es für den Mustang, für unser Fahrzeug ein bisschen schwieriger ist, liegt einfach an den Umständen. Naja, das ist die erste Mustang-Generation, die offiziell hier erhältlich ist. Es ist jetzt nicht so, dass es da einen riesen Markt gibt. Wenn ihr einen Volkswagen habt, dann ist die Situation da schon ganz anders. Die Angaben zur ECE findet ihr normalerweise auf einem Sticker auf der Packung oder aber auch auf dem Bauteil selbst in Form einer Zulassungsnummer. Ja, wie gerade gesagt, beim Mustang ist das Ganze ein bisschen komplizierter. Es gibt in den ganzen Import-Shops oder in den USA direkt jede Menge Bremsteile, Bremsscheiben, Bremsbeläge, Stop-Tag und Hawk und wie sie alle heißen, die bestimmt auch gut sind, die allesamt aber natürlich nicht die Zertifizierung von dem europäischen Markt haben. Damit fallen gut, also ich habe jetzt wirklich lange geguckt und lange gesucht, gut 90 Prozent der verfügbaren Teile fallen tatsächlich aus und können hier in Deutschland auf eurem Mustang, wenn das ein EU-Mustang ist, nicht gefahren werden. Ist auch irgendwo verständlich. In den USA ist Ford so wie Volkswagen hier. Ihr findet für einen Volkswagen von Golf Millionen Ersatzteile von diversen Herstellern, die ihr verbauen könnt. In den USA ist es bei Ford ähnlich. Da gibt es, wenn ihr euch das mal anguckt, die Online-Kataloge von Ford-Händlern oder Ford-Shops, da gibt es Unmengen an Teilen und auch an Herstellern, die sich darauf spezialisiert haben, für Ford-Fahrzeuge Ersatzteile anzubieten. So, und damit kommen wir auch schon zum eigentlichen Thema. Welche Optionen habt ihr denn für euren Mustang? Und natürlich auch, was kosten die? Damit wären wir wieder bei den drei Optionen. Option 1 war Original Ersatzteile suchen von Ford. Ich habe die ganzen Ersatzteilnummern rausgesucht. Beim EU-Mustang handelt es sich um die Performance-Bremse, wenn ihr in US-Katalogen auf Ersatzteile suche geht. Das heißt, die Performance-Bremse ist die, die die Brembo Sechskolbenanlage an der Vorderachse hat. Am einfachsten könnt ihr es daran festmachen, dass die Bremsscheiben vorne einen Durchmesser von 380 Millimeter haben und die Bremsscheiben hinten von 330 Millimeter. Beide sind innen belüftet. Und dann gibt es in den USA so Ersatzteilportale, wie zum Beispiel fordpartsamerica.com, wo ihr euch dann aus dem Katalog die entsprechenden Teile raussuchen könnt. Allerdings findet ihr dann bei Ford Parts America zum Beispiel die Performance-Package Anlage, also die Brembo Anlage nicht. Also gehen wir weiter zu Ford Performance Parts und gucken da mal nach. Es gibt das Ganze nämlich als Nachrüstlösung für die Fahrzeuge, die das in den USA nicht haben. Und siehe da, hier kommen wir schon an ein paar Ersatzteilnummern. So und mit den Nummern kommen wir auf die Dollarpreise. Das sind 125 Dollar für die Scheiben vorne, 209 Dollar für die Belege vorne, heißt die Vorderachse kommt auf 459 Dollar. 81 Dollar für eine Scheibe hinten und 67 Dollar für die Belege hinten, bedeutet an der Hinterachse 229 Dollar, heißt 688 Dollar für alle vier Räder mit US-Preisen, wenn ihr die tauschen wollen würdet mit Ersatzteilen, die original Ford sind. In Deutschland konnte ich jetzt nicht wirklich irgendeinen Ersatzteilshop finden, über den diese Bremsen beziehbar sind. Zumindest auf den ersten Blick nicht, dazu komme ich später nochmal. Aber bei Velocity bekommt ihr zum Beispiel das OEM-Set, was aus allen vier Scheiben und allen acht Belegen besteht, für 1399 Euro und habe damit alles zusammen an Teilen, was sie benötigt, um den Wechsel durchzuführen. Übrigens, das ist nämlich so ein Irrtum. Es handelt sich bei den Scheiben und den Belegen beim Mustang gar nicht um Brembo-Teile. Es ist tatsächlich der Bremssattel und all diese Sachen, was von Brembo ist und das auch nur in der Vorderachse. Die anderen Teile sind nicht von Brembo. Sobald ich das herausfinden konnte, sind die Belege vorne von Ferrodo Racing und es handelt sich um die DS 2500. Die haben einen Reibwert von 0,5 µ und sind eigentlich gar nicht so schlechte Belege. Also was ich zu diesen Ferrodo Racing Teilen herausfinden konnte, ist das schon echt eine Ansage. Also es sind keine Nummer 15 Teile. So sehr auch die Leute sagen, oh mein Gott, ich will die Bremse tauschen und die Bremsanlage tauschen und all diese Dinge, ist der Mustang und das ist ja auch alle unsere Erfahrungen mit einer ziemlich guten Bremsanlage ausgestattet. Und das neben dem Sattel mit der 6-Kolben-Anlage natürlich auch Belege und Scheiben. Hinten scheinen die Belege von PFC-Brakes zu sein. Zu den Scheiben konnte ich nichts finden. Ich habe jetzt die Scheiben da, da steht Ford Motor Company drauf, Fomoco, aber wer da genau dahinter steckt oder Motorcraft, was da Sache ist, konnte ich nicht herausfinden. Vielleicht habt ihr dazu ja noch zusätzliche andere Infos. Option 2 ist, wie gesagt, nicht die Originalteile von Ford zu nehmen mit den Ersatzteilnummern, sondern gleichwertige Teile von dem Drittausstattermarkt, also von Ersatzteilshops im Großen und Ganzen. Die müssen immer die ECE R90 erfüllen und damit mindestens so gut sein wie Serie und sind damit im Grunde in OEM, also Original Equipment Manufacturer Qualität und sind kompatibel mit dem Fahrzeug. Da ist auch eure beste Möglichkeit, mit den Originalersatzteilnummern zu starten, die in diese Shops einzugeben und zu gucken, was für Optionen ihr ausgespuckt bekommt. Auch da ist die Auswahl ziemlich klein. Es gibt Scheiben von ABS, Delphi und von Zimmermann, das sind die Code Z und das war's. Bei den Belegen gibt es ein bisschen mehr Auswahl. Wenn wir jetzt mal hingehen und die Zimmermann-Scheiben kombinieren mit einem Belagssatz von Remsa oder Delphi, dann sind wir bei 600 Euro für alle vier Räder, wenn ihr euer Muster mit neuen Bremsen ausstatten wollt. Und das dürfte so ziemlich nicht die aller aller günstigste Alternative sein, wenn es euch wirklich ums Geld gehen sollte. Daneben könnt ihr euch abseits der Ersatzteil-Shops der üblichen Verdächtigen auch selbst auf die Suche machen nach vielleicht etwas performance-orientierteren Ersatzteilen, die ihr verwenden könnt. Und da fängt es dann an kompliziert zu werden, weil da wird es unglaublich viel schwieriger rauszufinden, haben sie denn eine ECE R90 Zertifizierung. Das sind oft kleine Shops, da steht dann einfach, weil halt bei allen Brems-Teilen da irgendwie das automatisch schon in der Maske drinsteht, steht dann bei irgendwelchen Teilen, die diese Zulassung gar nicht haben, trotzdem drin, dass sie eine ECE R90 haben und solche Geschichten. Also da muss man im Zweifel echt hin und her schreiben mit den Shops und klären, was ist denn da Sache und stimmt das denn oder stimmt das nicht. Ihr landet eben halt bei Tuning-Shops oder bei den Herstellerseiten selbst und dann seid ihr doch auch schnell im europäischen Ausland unterwegs. Also da müsst ihr echt ein bisschen so die Nadel im Heuhaufen suchen. Was da auch noch dazu kommt, ist sobald es halt um den Tuning-Markt geht, dass es unglaublich viel Marketing gibt. Also ich lobe mir wirklich das gute alte deutsche Datenblatt, was man dann bei den üblichen verdächtigen Herstellern findet, die viele Bremsen und Bremsbeläge, Bremsscheiben auf den Markt schmeißen. Sobald ihr dann in dem Tuning-Bereich unterwegs seid, liest man da halt Performance ohne Ende und unglaubliche Leistung auf der Rennstrecke und so weiter und so fort und da überbietet man sich gegenseitig. Und wenn man dann wirklich mal rausfinden will, was wiegt sie denn, wie ist denn die Anfangsdicke, die Enddicke, was für ein Material ist das, ist das gehärtet, ist es nicht gehärtet und all diese Sachen, also Hitze behandelt oder nicht zum Beispiel, wird man da nicht fündig. Selbst nicht, wenn man auf die Herstellerseiten im Ausland geht. Da muss man echt ein bisschen vorsichtig sein. Sobald ich das jetzt bei meiner Suche in den letzten zwei Jahren überblickt habe, gibt es eigentlich zwei mögliche Alternativen, die in Frage kommen für den Mustang, wenn ihr sagt, ihr wollt nicht die Originalersatzteile und ihr wollt nicht den Weg mit ECR 90 direkt Ersatzteil Zimmermann und Co. Weg gehen wollt. Es gibt einmal EBC Premium Brakes. Das sind Bremsscheiben, die gleichwertig sind zur Serie, die von EBC hergestellt werden. Das ist ein Hersteller aus Großbritannien, die wirklich gute sportliche Komponenten machen. Und die könnt ihr dann kombinieren mit den Belegen aus gleichem Haus, die dann so heißen wie Yellow Stuff, Green Stuff, Black Stuff, Blue Stuff und so weiter und so fort. Und mit den Yellow Stuff kommt ihr eine Kombination mit EBC Premium Bremsscheiben und den Yellow Stuff Belegen auf 914 Euro. Aber es gibt Lieferengpässe bei den Scheiben. Die sind also im Moment echt nicht zu bekommen. Daneben geht es dann noch von Peders aus Australien. Das dürfte dem ein oder anderen bekannt sein, also die Marke dürfte dem ein oder anderen bekannt sein, der ein Fahrwerk auch verbaut hat. Gibt es die angebohnten und geschlitzten Scheiben mit den Sports Rider Belegen dann in Kombination. Da landet ihr bei 1799 Euro für rundum. Das war ein vergangenes Jahr, als ich meine Ersatzteilliste gemacht hatte, noch 1299 Euro. Und die sind gut nach oben gegangen. Aber auch da gibt es Lieferengpässe. Außerdem, und das fand ich dann zum Beispiel sehr verwirrend, auch wie es im Shop dargestellt ist, haben die Belege zwar eine ECR 90, die Scheiben aber ein Gutachten und keine ECR 90. Das heißt, diese Scheiben müsstet ihr, vermute ich jetzt mal, auch tatsächlich eintragen lassen. Und selbstverständlich habt ihr auch die Option, die Scheiben und die Belege untereinander zu kombinieren, wie ihr wollt. Also nicht einzeln pro Rad. Aber ihr könnt einen bestimmten Belaghersteller mit einem bestimmten Belag nehmen und ihr könnt andere Scheiben nehmen und da diverse Kombinationen ausprobieren, was euch am meisten zusagt. Da seid ihr eigentlich ziemlich frei. Allerdings gebe ich euch dazu Bedenken, weil wir reden ja oft vom Thema sportliches Fahren, Sportlichkeit und all diese Kisten. Bremsbeläge, die sehr sportlich sind, haben oft auch einen höheren Reibwert. Die Yellow Stuff zum Beispiel sind eine ganze Ecke über den Serienbremsbelägen oder auch eine ganze Ecke über den Red Stuff. Die Konsequenz daraus ist natürlich, dass sie besser zupacken, nämlich auf die Scheibe. Aber das passiert durch Reibung. Das heißt, das könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen wie Schmirgelpapier auf einer Fläche. Wenn das besser zupackt, bedeutet das natürlich auch, dass die Scheibe stärker mit Leidenschaft gezogen wird. Das heißt, wenn ihr wirklich sagt, ihr wollt sportlichere Bremsbeläge fahren, müsst ihr auch damit rechnen, dass die Scheiben sehr viel schneller runter sein werden, als das sonst üblich wäre. Und tatsächlich bei dieser Kombination Yellow Stuff mit Serienscheiben oder auch den Premium Scheiben von EBC selbst, habe ich teilweise Sachen gelesen, es gibt ja so Racing Foren von einem Track Day und dann sind die Scheiben runter. Das sind so Einzelfälle, die man vorne liest, ganz klar. Aber ihr solltet euch darüber klar sein, dass wenn ihr diesen Weg geht, das natürlich auch bedeutet, ihr müsst häufiges Material wechseln. Genauso wie es ja auch der Fall ist, wenn man wirklich auf der Rennstrecke fährt oder ein Auto im Renneinsatz fährt. Das hat dann wenig zu tun mit Alltag. Solltet ihr diesen Weg gehen und sagen, ich will stärkere Reibung, ich will krassere Bremsbeläge, weil ich bin häufiger auf der Rennstrecke oder sportlich unterwegs, dann solltet ihr auch dringend euer Bremsverhalten so ändern. Wobei, wenn ihr das tut, also wenn ihr Track Day Fanatiker seid, dann wisst ihr das wahrscheinlich auch. Aber nichtsdestotrotz für diejenigen, die es nicht wissen, wenn ihr sportlichere Belege habt, dann solltet ihr euch auch dringend angewöhnen, spät und stark zu bremsen und möglichst wenig mit schleifender Bremse zu fahren, weil das ist dann natürlich Materialmord. Also und deswegen dieser kurze Exkurs, worüber ihr euch Gedanken machen müsst, wenn ihr jetzt weggeht von komplett Serie zu ihr wollt experimentieren und andere Dinge kombinieren. Ihr müsst euch darüber im Klaren sein, wollt ihr lieber Haltbarkeit, also mehr Kilometer, länger fahren mit dem Bremsen oder wollt ihr Sportlichkeit, heißt deutlich kürzer fahren und häufigere Wechselintervalle bei dem Bremsen. Am Ende hängt das von eurem eigenen Anspruch ab. Und eigentlich hatte ich vor, genau diesen Weg zu gehen. Also sportlichere ECR 90 zertifizierte Teile zu verwenden und damit mal auszuprobieren, welchen Unterschied macht es denn bei Mustang? Ist denn sehr, sehr, wie gut ist denn die Serienbremsanlage? Und zu sagen, im Rahmen dieser Zertifizierung, was ist denn da rausholbar aus dem Fahrzeug? Aber dann kam diese ganze Situation mit den Lieferengpässen und alles drumherum mir in den Weg. Dazu kommen wir aber gleich später nochmal. Vorher kommen wir zu Option 3. Das ist der Weg, dass sowohl die Scheiben als auch die Belege vom TÜV abgenommen werden müssen und ihr zu eurer Bremsanlage ein Gutachten bekommt. Den Weg müsst ihr auf jeden Fall gehen, wenn ihr zum Beispiel sagt, ihr wollt wirklich viel Performance haben und zu einer zweiteiligen Scheibe wechseln. Das bedeutet, ihr habt dann einen Topf aus Aluminium und verschraubt mit diesem Aluminium-Topf. Ist dann ein Reibring, also das von der Scheibe außen, wo die Belege drauf zupacken, hat den Vorteil, dass in der Theorie ihr diesen Reibring getrennt vom Topf tauschen könnt und dann da auch ein bisschen Geld spart im Nachhinein. Wobei ich wenig Bremsanlagen gefunden habe, bis keine, wo ich wirklich dieses Ersatzteil finden kann, also nur den Reibring. Aber es bringt Vorteile, was die Wärmeverteilung angeht und ganz extrem, was das Gewicht angeht. Und wie ihr wisst, ungefederte Massen, ich habe das ja schon reduziert durch die Felgen und auch selbst bei den Reifen, beim Wechsel von Bredestein zu Michelin, ist das echt spürbar. Ungefederte Massen sind extrem, machen sich extrem bemerkbar bei einem Auto, wenn man sportlich fährt. Beim Hersteller DBA, Disc Brakes Australia ist das, sind da pro Rad drei Kilo Gewichtsersparnis möglich. Das ist schon Hammer. Und ich habe hier die Scheiben da, die Vorderscheiben, die normalen. Das ist schon krass, was Bremsscheiben so liegen können. Da möchte ich euch nur eine Option kurz vorstellen. Ansonsten gibt es bei den namhaften Mustamtunern in Deutschland durchaus Alternativen. Warum nur eine Möglichkeit? Weil da ist nach oben keinerlei Limit gesetzt. Also ihr fangt dann irgendwo an, da sind wir aber auch schon nicht mehr im ganz geringen vierstelligen Bereich und nach oben ist alles möglich. Und da macht es meistens auch Sinn, wirklich auf einen namhaften Tuner zuzugehen und mit dem zusammen sich anzugucken, was ist denn der Bedarf, was braucht man, was gibt es da für Optionen und den bestmöglichen Weg zusammen herauszufinden. Wenn ihr die DBA-Scheiben zusammen mit den Peders-Belegen verwendet, da gibt es ein Gutachten für, dann landet ihr bei allen vier Rädern bei 2400 Euro. Und das ist so mit die günstigste Möglichkeit, die ich überhaupt entdecken konnte. Dazu kommt dann natürlich zugegeben, sind einmalige Kosten, die Eintragung beim TÜV und der ganze Stress, der damit manchmal verbunden ist. Ich habe aber zum Beispiel einen DBA-Scheiben. Auch da habe ich natürlich gegoogelt und natürlich landet man hauptsächlich bei vornen Einträgen und wenig beim Hersteller selbst. Da konnte ich halt dann auch so Sachen finden. Also das TÜV Austria Gutachten habe ich gesehen, aber da findet man so Sachen wie die Nummer, die in dem Gutachten drin steht, ist auf der Bremsscheibe nicht aufgestanzt oder aufgedruckt und solche Sachen. Also da solltet ihr, bevor ihr dann damit zum TÜV geht oder bevor ihr die verbaut, auf jeden Fall gucken, ist denn alles korrekt und habt ihr alles zusammen, was nötig ist, um beim TÜV keinen Stress zu bekommen, was gerade in so Städten wie Köln echt ein Thema ist. Also da müsst ihr gut aufgestellt sein oder das im Vorfeld abgeklärt haben. Ich habe jetzt bei meiner Suche und wegen den Lieferengpässen auch mit dem Peders Shop ein, zwei Mal hingeschrieben und weil ich auch mit der Option gespielt habe, die zu verbauen und fand das ein bisschen unbefriedigend. Ich habe Fragen gestellt, wie handelt es sich um eine Kombination DBA 4000, 5000, also Vorderachse, Hinterachse und wie es dann mit der Eintragung ist, ob alles benötigte dabei ist und so und habe da immer nur kurze und sehr knappe Antworten bekommen. Gutachten ist dabei, Eintragung ist möglich. Hatte mir da ein bisschen mehr erhofft, denn wir wissen, dass das eben halt oft auch nicht so einfach ist und das Gutachten konnte ich sonst eben so auftreiben. Ich habe das dann über eine andere Quelle organisiert und da stehen dann andere Belege im Gutachten drin als die, die mitgeschickt werden. Also das übliche Spiel tatsächlich, dass das sehr kompliziert wird und dass man sich leider sehr tief mit der Materie auseinandersetzen muss, wenn man sagt, man möchte seinen Weg gehen. Außerdem ist das Gutachten, das ich da finden konnte von BCE und meines Wissens gibt es die ja nicht mehr. Ich kannte die Abgasanlagen von denen. Jetzt ist das Grail Automotive. Also wenn ihr die verbaut habt vor kurzem, das würde mich echt interessieren. Habt ihr damit gute Erfahrungen gemacht, hat das funktioniert oder nicht? Aber ihr merkt schon, allein schon dieses, alles was ich jetzt ausgeholt habe, um über dieses Thema zu sprechen. Tuning in Deutschland ist halt wirklich ein problematisches Ding. ECE R90 Bremsen nehmen, einbauen gut ist oder sich wirklich eingängig auseinandersetzen und E-Mails hinher, das alles war nicht so ganz zielführend bei mir, wie ich erhofft hatte. Vielleicht erwähne ich auch mal die Performance Bremsen von Auto Henschel, die sind ja auch bekannt und da müsstet ihr so roundabout zwischen 2.000 und 3.000 Euro landen, wenn ich das richtig im Kopf habe für alle vier Räder. Also das ist auch durchaus eine Option und ist dann auch eine zweiteilige Bremse. Kommen wir zur aktuellen Situation am Markt und ich glaube, das Video wird durchaus lang, aber ich will euch jemanden mal einen Gesamtüberblick geben. Also eigentlich wollte ich die EBC Premium Bremsen vorne hinten, also die Scheiben verbauen und ich wollte das kombinieren mit den Yellowstuff oder den Redstuff belegen. Auf Platz 2 kam dann die Peders Kombination für mich und nach langer Suche und ich habe insgesamt glaube ich sechs Shops die EBC-Teile als auf Lager gelistet haben angeschrieben, die allesamt mir dann gesagt haben, nein die sind gar nicht auf Lager, also die Situation da ist echt zum Kotzen. Der Markt ist da wirklich leergefegt. Ich hatte auch mal hin und her geschrieben mit Riff Automotive. Ich wollte eigentlich auch bei denen dann auch die Bremsen wechseln lassen und dazu ein Video machen. Das hat aber auch irgendwie zu nichts geführt oder ist so im Sande verlaufen, die Kommunikation. Ja und auch bei denen sind die inzwischen nicht lieferbar. Einen Satz Premium Bremsscheiben für die Vorderachse gab es bei Riff noch, die ich da bei eBay auch bestellt habe und darauf gewartet habe, dass sie rechtzeitig kommen für meinen Termin für die Werkstatt, den ich eigentlich schon hatte und der jetzt schon in der Vergangenheit liegt. Und dann hat da irgendwie DPD Probleme, weil nach fünf Tagen steht immer noch im System, elektronische Daten liegen vor, aber Paket ist noch nicht versendet. Hab dann Riff angeschrieben und die haben gesagt, ja irgendwie mit dem Lager gibt es Probleme, DPD macht da irgendwie Stress. Wir erstatten das Geld zurück. Also den letzten Satz Bremsscheiben, den ich da auf eBay, bei denen im Shop noch bei mir auf der Liste hatte und sofort bestellt hatte, ist auch nicht angekommen. Sprich, Schalm EBC ist damit ein Fail jetzt. Leider, leider, leider. So und damit stand für mich neben den Weg zu gehen mit Eintragungen und all diesen Geschichten nur noch die Option im Raum, andere Schreiben zu nehmen, eben halt von Zimmermann und Co. und vielleicht da mal euch zu sagen, ob die in irgendwas taugen oder nicht. Und die Belege sind verfügbar von EBC, Yellowstuff, Redstuff, die konnte ich also durchaus auftreiben oder mal die originalen Scheiben. Ich hatte ja gerade gesagt, mein Werkstatttermin stand schon. Ich werde die Bremsen auch wieder selbst machen und dazu möglicherweise auch ein Video machen für euch. Bedenken solltet ihr dabei, dass ihr neben den Scheiben und den Belegen, was offensichtlich ist, noch ein paar Teile mehr besorgt. Es gibt ein Hardware-Kit für die Vorderachse, für die Brembo 6-Kolben-Anlage, das ihr bestellen könnt. Daneben steht im Service-Manual zum Mustern, dass die Befestigungsschrauben des Sattels getauscht werden müssen tatsächlich. Diese sind abwärts mit Schrauben auch vorbehandelt und auch da konnte ich eine Möglichkeit finden, wie ich an die rankomme. Da das Thema Bremsen jetzt erst nach 65.000 Kilometern überhaupt relevant ist, macht es durchaus Sinn, da den sauberen Weg zu gehen und diese Teile zu tauschen. Und offengesagt bin ich ein bisschen skeptisch, ob jede Werkstatt, also bei Ford selbst, würde ich noch sagen, kann gut sein, dass sie die auf Lager haben und dann auch getauscht werden. Wenn es zur freien Werkstatt geht, bin ich mir ziemlich sicher, dass sie einfach die Schrauben wiederverwenden, die vorher auch drin sind. Ich bedarf für den sauberen Weg und habe ihm halt alle diese Teile auch besorgt. Ich habe für die Schrauben ein paar Shops angeschrieben, die aber noch mit den US-Ersatzteilnummern nichts anfangen konnten. Ich hatte die in den USA für 2,20 Dollar das Stück gefunden und bin am Ende aber beim Ford Autohaus Kimmerle fündig geworden, die einen Online-Shop haben und wo ihr für die Bremse durchaus Teile findet, eben halt auch die Schrauben. So, wie sieht es jetzt für mein Fahrzeug aus? Ich wurde zu einer Kompromisslösung gezwängt. Ich hatte für vorhin die EBC Premium Bremsscheiben bestellt, die sind aber nicht angekommen. Jetzt müsste ich meinen Werkstatttermin nach hinten schieben. Ich konnte bei eBay tatsächlich einen original verpackten Satz Original Bremsscheiben für hinten, weil für hinten hatte ich wirklich gar keine andere Option und Zimmermann und Kur wollte ich jetzt nicht machen. Für hinten die Original Bremsscheiben konnte ich auftreiben. Die hinteren sind aktuell tatsächlich teurer als die vorderen, obwohl sie sehr viel kleiner sind. 300 bis 600 Euro kostet das. Das ist schon echt krass und ich habe damit jetzt vorne und hinten Original Bremsscheiben von Ford, die auch ab Werk schon verbaut waren und werde da keine Experimente wagen. Einfach aufgrund der Marktsituation, ehrlich gesagt. Aber bei den Bremsbelägen wechsle ich jetzt mal zu den Red Stuff. Die Yellow Stuff haben jetzt so einen Reibwert. Die Red Stuff dürften ziemlich gut zu meiner Alltags-Nutzsituation passen und da wird es ja auch spannend, dann auch mal zu sagen, okay, Scheiben bleiben Serie, aber Belege werden etwas performance-orientierteres. Sind sie denn wirklich performance-orientierter? Wie halten die? Wie lange halten die? Wie performen die? Bin ich sehr gespannt und dann kann ich euch schon mal sagen, wie immer klassisch beim Tuning, ein Teil getauscht, gucken was passiert. Beim nächsten Mal ja dann vielleicht auch andere Scheiben und dann gucken in Kombination mit den Scheiben, wie performt es da? Und dann vielleicht sprechen wir auch mal von der Lösung, Teilegutachten und zweiteilige Bremsen rundum. Mit allen Kleinteilen, also mit Belegen, Scheiben, Schrauben, Federn, Hardware-Kit und all diesen Sachen, die dazugehören, die ich benötige, wiege ich jetzt für im Grunde den Bremswechsel, kann man so sagen, knapp unter 1000 Euro. Heißt, ist ja eine Frage, die ziemlich oft mir auch gestellt wird, was kostet es, das alles zu wechseln und machen zu lassen. Also knapp 1000 Euro rundum. Wechsel könnt ihr rechnen und ich finde das schon einen ziemlich guten Preis für so ein sportliches Fahrzeug mit so einer großen Bremsanlage. Ja, das wäre auch schon mein recht langer Überblick über das Thema Bremsen. Es war ein heißkaltes Bad, als ich mich vor einem Jahr umgeguckt hatte. Da hatte ich auch schon mal mit Gedanken gespielt, wäre noch alles verfügbar gewesen, das wäre ein leichtes gewesen. Jetzt hat mich das wirklich drei Wochen intensive Recherche und zig angeschriebene Shops gekostet, um da irgendwie einen Weg zu finden. Ich hoffe, der Weg ist für euch dann im Nachhinein auch aussagefähig genug, dass ihr einfach zu den EBC Redstuff dann auch eine Aussage von mir bekommt. Grundsätzlich sind die Serien-Sachen beim Mustang aber auch nicht schlecht. Das möchte ich nochmal ganz explizit erwähnen. Die werden dann oft schlecht gemacht von Leuten, die sagen, oh, damit es super sportlich ist, muss da irgendwie sowas super krass ist runter oder sowas. Aber auch bei Ride the Dolomites 1, bei der ersten Tour meinen Drive Elements noch so, haben sich die Bremse angeguckt, meinten, boah, die sind echt gespannt bei dem Fahrzeuggewicht 1,7 Tonnen, wenn wir da die ganzen Pässe runter auch was schneller fahren. Irgendein Fahrzeug wird bestimmt schwächeln, war aber nicht der Fall. Die haben richtig gut durchgehalten. Die Serie ist gut beim Mustang, so wie sie ist. Im nächsten Video zum Thema Bremsen werde ich euch dann zeigen, wie der Einbau funktioniert. Kann sein, dass es ein sehr kurzes Video wird, weil ehrlich gesagt dieser Bremsenwechsel ist schon etwas, wo ich mich darauf konzentrieren will und dann Kamera umstellen, hin- und herstellen, gucken, ob es gut aussieht, Handschuhe ausziehen einstellen. Ja, also ich mache gerne Videos, aber das ist etwas, wo ich dann vielleicht nicht doch eher auf die Bremse konzentriere. Aber vielleicht gibt es so eine Art Zeitrafferaufnahme oder sowas, die ich euch einfach mache, wo ihr dann ein bisschen sehen könnt, wie die Prozedur aussieht. Mal gucken und ich werde euch dann ein bisschen was erzählen zur Einfahrprozedur. Also was ist zu beachten, wenn komplett neue Bremsen bei euch verbaut sind, damit die Belege und die Scheiben sich aneinander anpassen und gut zusammenpassen und ihr auch lange was von euren neuen Bremsen habt. Zum Schluss jetzt, wo wir gut bestimmt schon 20 Minuten bis eine halbe Stunde zusammensitzen, noch der Hinweis, dass bei der Drift Challenge im August aktuell noch drei Plätze verfügbar sind. Also wenn ihr vielleicht Bremsen getauscht habt oder wenn ihr kurz davor steht und sagt, nochmal richtig knallen lassen. Wobei die Bremsen werdet ihr nicht so wirklich brauchen. Aber für die Drift Challenge sind noch drei Plätze verfügbar. Velocity und ich sind da gemeinsam vor Ort mit euch. Ich freue mich da riesig drauf. Also vielleicht überlegt ihr euch das mal und wollt dabei sein, dann ist jetzt der richtige Moment. Den Link zur Drift Challenge packe ich hier unten auch nochmal in die Description unter dem Video. Genauso auch zu den Quellen, die ich erwähnt habe, dass ihr auch merkt, dass das nicht alles ich mir aus den Fingern gesaugt habe. Ich hoffe, du hattest Spaß und schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.